Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Christian Feniberg von der Contao Academy und in diesem Video zeige ich dir, wie du so ein Overlay erzeugen kannst. Alles, was du dazu brauchst, ist die Erweiterung von Erdmann und Freunde und zwar heißt die Erweiterung EUF Overlay. Du findest diese ganz bequem im Contao Manager und kannst diese dann daraus installieren. Wenn du die Erweiterung dann installiert hast, dann findest du hier im Backend ein neues Modul und zwar unter Themes, Frontend Module und hier kannst du dann eben ein neues Modul anlegen, in dem Fall vom Modultyp Overlay. Du findest das Ganze bei dem verschiedenen Eintrag hier EUF Overlay und wie du siehst, hast du jetzt mehrere Optionen. Zunächst einmal kannst du den Titel vergeben und hier kannst du dann entweder eine Überschrift verwenden, falls du das willst. Du kannst deine Texte hier in den Rich Text Editor eingeben oder wenn du das Ganze etwas individuell erhalten willst, dann kannst du auch hier komplett den HTML Inhalt schreiben. Wenn du dann diese Texte verfasst hast, was also in deinem Overlay stehen soll, dann hast du noch die Möglichkeit auszuwählen, wann dieses Overlay ausgelöst wird. Zum einen gibt es hier den mouseLeaveHTML. Das bedeutet, wenn ich hier mit meiner Maus aus meinem Browserfenster fahre, dann wird letztendlich dieses Popup ausgelöst. Bei der Möglichkeit beim Seitenaufruf passiert folgendes, wenn du deine Seite aufrufst, wird sofort das Ganze letztendlich angezeigt. Das bedeutet, sobald der Besucher deine Seite aufruft, wird sofort das Overlay geöffnet. Dann haben wir nach einer bestimmten Zeit. Das bedeutet, wenn jemand auf deiner Seite ist, dann werden in dem Fall jetzt 120 Sekunden gewartet und dass dann wird das Overlay angezeigt. Ich könnte das natürlich auch verkürzen und sagen, zeig mir das Ganze nach 15 Sekunden an. Dann noch die letzte Option. Nach einer bestimmten Scrolllänge kannst du ebenfalls das Popup erzeugen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel jemand deinen Blogbeitrag liest, er scrollt 50% oder in dem Fall 40% nach unten, dann wird dieses Overlay angezeigt. Wenn dieses Overlay dann weggeklickt wird, dann haben wir hier diese Cookie-Einstellung. Das bedeutet, je nachdem, wie lange du das hier einstellst, wird eben das Cookie dann nicht mehr angezeigt, solange eben dieses Cookie nicht abgelaufen ist. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu jetzt nicht zum sagen. Ich zeig dir jetzt das Ganze nochmal, wie das fertig dann aussieht. So, jetzt habe ich ein komplett konfiguriertes Overlay-Modul. Das heißt, ich habe hier jetzt mal meinen Text komplett per HTML gepflegt. Ich habe hier auch ein Bild eingefügt und hier habe ich gesagt, sobald die Seite aufgerufen wird, wird einfach dieses Overlay angezeigt. Damit das Overlay jetzt wirklich funktioniert, muss ich es entweder beim Layout einbinden oder als Inhaltselement. Ich verwende jetzt die Variante beim Layout und dann ganz normal hier bei den Frontend-Modulen fügst du hier einfach dein neues Frontend-Modul hinzu. In dem Fall ist die Position egal. Ich habe jetzt einfach die Fußzeile genommen, damit das Ganze am Ende steht. Und nun musst du noch ganz wichtig darauf achten, dass auch jQuery aktiviert ist. Das heißt, du musst hier unten im Bereich jQuery darauf achten, dass eben bei diesem Layout, wo du dieses Modul verwenden willst, auch jQuery geladen ist. Wenn du das Ganze dann korrekt eingebunden hast, dann hast du eben das gleiche Ergebnis wie ich bei mir hier. Du bekommst beim Öffnen der Seite dieses Overlay angezeigt. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du weitere dieser Videos sehen willst, dann gib mir doch einen Daumen nach oben und wenn du kein Video verpassen willst, dann klick doch einfach auf die Glocke und ich werde dich sofort benachrichtigen, wenn ein neues Video verfügbar ist.